Als hätte man mit seiner allerersten Ladies das erste Mal Ich bin ein Mann jetzt! So viel Zücherspiel an, Digga! Also die haben das neu gemacht für Blazey, PC, Xbox in der neueren Grafik. Aber das ist angeblich wie die alten Teile. Ey Leute, das krass ist, wir können ja auch unseren eigenen Park starten, ne? Das heißt, wir suchten jetzt erst mal ein paar Tage und dann machen wir einen eigenen Park, Alter. Extra dafür, Leute. Skatoren. Und jetzt kann man auswählen. Allein dieser Vibe, man hockt gerade vor der Blazey früher, in dem Modus von früher. Lange nicht mal ein Spiel, das mich so, äh, euphorisiert hat. Aber halt neue Grafik, ne? Runde alles. Als hätte man mit seiner allerersten Ladies das erste Mal Ich bin ein Mann jetzt! So viel Zücherspiel an, Digga! Seht ihr das Grinsen? Crossplay gibt es erst mal nicht, aber eventuell führen sie jetzt nachträglich ein. Ja, das wär, ey, weil das wär ein Game für Crossplay. Digga, da ist egal, ob Controller oder Ding, weißt du? Das Kind Scooter, äh, Kinds, Kind Shooter. Und dann kann man aber nochmal auf Dreieck und da haben wir alle. Ja, Mann. Aber mit dem Skelett ist es in Wack zu fahren, tut mir leid. Egal, wie lange wir gesucht haben. Weil das fühlt sich nicht mehr an wie das alte Tony Hawk dann. Hier oben, ach so, eigener Skater. Hier oben, ach jo. Wohnort? Doch, wir sind aus L.A., Leute. Oh, Airwalk, Digga! Ist halt Backflash, ne? Ich dreh durch die alten Airwalk-Sachen. Wer kennt noch Airwalk-Schuhe? Vision Streetwear! Digga, ich bin früher Skaten gegangen mit meinem großen Bruder. Und genau die Klamotten haben meine Jugend oder Kindheit slash Jugend zerlegt, Mann. Vision Streetwear, das erste Vision Streetwear-Shirt war alles aus, Mann. Airwalk, Digga, Airwalk-Schuh. Ey, diese Airwalk-Schuh mit der Schnalle vorne rüber. Mit dieser... Okay, los geht's, Leute. Jetzt sind wir nämlich der Tony Hawk, jetzt sind wir der Bar-Checker. Ey, wie euphorisiert das Spiel eigentlich. Leute, es gibt's doch nicht, dass sowas so schiebt, Alter. Okay, ey, so ist der alte Modus. Jetzt zocke ich mit dem Steuerkreuz. Zweimal nach vorne, stummt er nicht an. Oh! Mein erster Hand-Land, Alter. Jetzt ist die Sonne hier am Start und was macht man? Man hängt mit dem Hawk ab. Wir sind auf jeden Fall auf Backflash-Modus hier. Oh! Ja! Pell, pell, tausend Dank. Ey, vor allem die Mucke. Und hier sind ja alle zwei Games drin, ne? Wir zocken ja jetzt gerade erst mal das erste. Pro Skater 2 ist ja auch noch drin. An alle Neuen übrigens, wir kochen die ab und zu mal, ne? Aktuell war eigentlich kochen immer am Start. Natürlich jetzt wird auch wieder gezockt, ne? Einfach nur so, dass er will. Wo ist dieses Fingerboot? Ich hab's. Santa Cruz stellen wir hier hin. Ey, vielen Dank für den ganzen Support, Leute. Und was ganz wichtig ist, Leute, im Leben? Lachen, Alter. Lachen. Inita 15. Egal.